Hey ho, hier ist Renja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wolf auf dem Piratenschiff. Und ja, Tops rennt. Ja, genau. Ich renne immer. Oh mein Gott, ich habe einen Fall. Gut. Alles klar, würde ich sagen. Lass uns anfangen. Ich drücke den Startbutton. Ding, 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 ding. Super, Lutha. Du bist ein Wolf. Töte all deine Feinde. Oh, das ist ja. Florian ist ein Wolf. Jürgen, griff mich an. 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 Drei Herzen, drei Herzen. Ey Leute, könnt ihr mal helfen? Du bist ein Wolf. Was heißt das? Was muss ich machen? Ich glaube, töte alle Schafe, oder? Ich glaube, du musst nur Tops killen. Ah, Tops muss ich killen, okay. Danke. Auf, nein. Sitz. Sitz, Platz, Beifuß. Ey, Tops ist ein Diamonds. Ey, ich bin gerade relativ weit entfernt. Wir haben einen Chef. Flo, 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 Flo. Geh halt, Abstand Flo. Tobis, ich bin wie eine NPC. Ja. Und wenn du zu mir nah kommst, dann bin ich böser. Ich werde auch böse, wenn du zu nah kommst. Ich habe auch ein Holz und ein Steinschwert. Tops, ich bin wie eine NPC in Oblivion. Ach so, ich denke, hä? Oh, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich bin so niedrig. Oder auch Skyrim. Ah. Ich habe Skyrim. Oh, ich habe Skyrim. Ich weiß nicht, der hieß einer irgendwie, ich weiß nicht. Wir haben ihn immer Oregano genannt, weil der Name so ähnlich war. Und Oregano folgt dir aber nur bis zur Brücke. Und er hat Angst auf die Brücke zu gehen, deswegen konntest du ihn killen. Aber er war wichtig für die Story, deswegen solltest du ihn nicht killen. Ach. Das war problematisch. Das war meine einzige Skyrim-Erfahrung. Meine einzige schwere Mission-Erfahrung war die Zug-Mission in GTA. Oh, ich versuche hier in diesen TNT-Geheimgang zu gehen, aber ich kriege es nicht hin. Doch, jetzt habe ich es hingehen. In welchen denn? Unten auf dem Schiff, ganz unten. Toll. Und das alles für einen Holzbogen. Ich habe Skyrim gelebt. Äh. Ja. Ey, was war denn so euer, das Spiel eurer Kindheit? Warhuun-Kart 3. War ein fantastisches Spiel. Ne, es war wie.. Du hast Warhuun-Kart 3. Es war.. Warhuun-Kart 3. War ein fantastisches Spiel. War ein fantastisches Spiel. Ich meine, was du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, wie heißt Far Cry? Ehh, nicht Far Cry, das, äh, genau, ähh, wie heißt Battlefield oder so. Da hab ich ein Battlefield oder so, hab ich immer mit, äh, so mit eine Farbe gespielt. Wir haben ja Farqua Instinct Predator gespielt, oder? Ne, da, ne. Flo, guck mal, wie schnell ich reinkam. Und da hat doch so ein Zombie-Modus. Da hab ich immer gespielt, Zombie-Modus. War das nicht Counter-Strike? Ja, denk ich Counter-Strike. Morhun Kart 3, wie gesagt. Morhun Kart 3 war ein fantastisches Spiel. Morhun, ich hab Morhun Kart. Morhun Kart 3 war nice, weil da hattest du den Charakter Kröt. Das war der beste Charakter. Der hieß Kröt. Der war viel zu groß wie das Kart. Das weiß ich nicht. Ich war schon bei dem Minecraft-Geheimgang. Ich bin gerade dabei. Nee. Warte, du stirbst. Jetzt bist du ja schon da. Mist. Warte, du stirbst. Wie ist eigentlich Wölf? Oh, 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 oh. Flo, oder? Ähm. Äh. Ich muss mir helfen. Ich bin eingesperrt bei dem Minecraft-Geheimgang. Oh, klar. Warte, wie kommt man da rein? Ah! Ich bin tot! Ah, ne, nicht. Nein! Flo. Flo hat mich angegriffen. Ich bin Half-HP oder sowas. Ich bin Half-HP. Ich bin Half-HP. Hi. Bonja, überleg dich dran, wenn du angegriffst. Du hast mich angegriffen. Nein, hab ich nicht. Das war das Minecraft. Du warst in der Decke drin. Oh. Ja, hier, ne? Das hast du. Okay, kann jemand restarten. Ne? Du weißt, es ist vorbei. Du hast keine Chance mehr. Ja? Nein! Ja, weil du schon so low bist. Ich war ja schon Half-HP von dem blöden Minecraft. Das war ja das Schlimmste daran. Ja, ich aber auch. Aber ich hatte ja ein Schleimband. Oh, oh, den Schleim. Hä? Tops ist der... Warte mal. Hast du ihn nicht gekickt? Flo! Flo ist es. Flo ist es safe. Flo! Flo! Erzähl doch nichts. Oh ne, er hat kein Damage. Ich habe ihn nicht gekillt. Ich habe ihn nicht gekillt. Okay, ich glaube dir. Ich habe ihn nicht gekillt. Ich dachte, du hast ihn gerade gekillt. Das wäre mich nicht so komisch eingeguckt. Schau. Flo hat ihn getötet, hat aber kein Damage für ihn geschuldigt bekommen. Ich habe ihn nicht gekillt. Florian. Oder auch Mr. Lügenbold. Ich würde nicht... Ich habe ein Holzschwert. Ich bin auch safe. Okay, also. Ich vertraue alles in keinem. Weil... Ich habe es nicht gesehen, ob Beurin das Loneless-Effekt hatte. Welcher hatte da eigentlich? Oh, toll. Eine Rakete! Warte mal. Kann ich so... Das war all mein Gold. Ist das so ein Citrix-Gamengang? Ich probier's mal, warte. Okay, ich mach was Besseres. Kann man da irgendwie... Ich hab früher gedacht, der Schlagstock macht Damage. Aber jetzt ist mir klar, das stimmt gar nicht. Und ich bin... Es gibt einen Ultraschlagstock, der Damage macht. Ah, okay. Ne, ich weiß nicht. Ich hab irgendwie... Wenn du Julian heißt, beziehungsweise wenn du ein Wolf bist. Hä? So, ich versteh's jetzt. So, ich versteh's jetzt. Wann hast du Emeraldos? Ich habe... 21 Emeraldos. Aber ich brauche... Kann ich hier tauschen gegen Rubine? Oh, wie viel Rubine tauscht du denn? Wie viel brauchst du denn an Emeraldos? Ich hab 21 Emeraldos. Okay. Wie viel Rubine haben sie? Ich gib dir 10 für alle deine. Okay, warte. Ich zieh sie dir raus. Sehr ja. Was bringt mir das denn überhaupt? Kann ich überhaupt von 10 Rubinen kaufen? Oh, die haben wir ein Schwert. Oh. Ah, Lederhosen. Nice. Ah, Lederhosen. Okay. Ich kaufe mir jetzt eine Heavy Duty, wenn Ronne mich dich angreift, dass ich... Okay. Alles klar. Ich glaube, die Heavy Duty kostet nur 20 Emeralds, wenn man ein Wolf ist. Ist das richtig? Ronja. Ist das korrekt? Ist dies korrekt? Ich weiß nicht. Kostet die 25? Ja. Kostet die Heavy Duty wirklich? Ronja, schau mir die zu komisch an! Kostet die Heavy Duty wirklich 25? Das stimmt überhaupt nicht. Die Heavy Duty kostet Rubine. Ich hab zwei Slime-Pets. Ja, du bist zwar kein Premium-Mitglied, deswegen... Oh mein Gott, Florian! Unmöglich, dass du mich kriegst. Ich hab zwei Slime-Pets. Oh. Neuer Round. Neuer Round. Au! Jetzt war die andere Richtung. Ich bin ein Schaf. Ey, Florian! Alles habt ihr gekonnt. Wovon? Dass wir letzte Runde deinen Betrug durchschauen konnten? Du meinst, dass du nicht... ... einen Pakt mit mir geschlossen hast und auf die dunkle Seite gekommen bist? Das meinst du? Du hast mir keinen dunklen Pakt angeboten. Äh... Ja, das stimmt. Ronja, wollen wir auf... Willst du auf die dunkle Seite kommen? Florian, immer noch. Runde Thorn. Hier, Alter. Du stink... Du stinkst. Nein. Top stinkt. Nein. Top stinkt nach Tops. Top stinkt gegen den Wind. Das ist, äh, schwer. Top stinkt nach Wind. Weil der Wind weht ja. Ja. Kann ich analysieren. Oh, ich hab' ein Slime-Pad. Oh, ich hab' ein Slime-Pad. Ich gewinne. Nein, kann man nicht. Wirklich? Nö, kann man nicht. Ich wette, der Ronja ist da. Ich habe ein Slime Pack und ein Diamantschwert. Legt euch nicht mit mir an. Ich wette, Ronja ist ne Wölfin. Ich gewinne, ich bin keine Wölfin. Aber ich wünschte, ich wäre es, weil dann hätte ich easy life. Easy life. Ich bin schon wieder eingesperrt. Warte, ich schick's dir rein. Danke. Gern geschehen. Brauchst du irgendwas, Rubies, Emeralds? Ronja? Ich mache Rubies. Bevor du Damage nimmst von dem Minecraft in der Decke? Ich war's nicht. Oh, hier. Was denn? Ich bin die ganze Zeit. Ronja, denkst du, man kann hier auch reinfahren? Ja, 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 ich glaube schon mit dem hier. Warte, ich fahr vor. Oh nein, falscher Umweg. Oh nein, man kann hier nicht. Nee, man kann nicht. Oder? Kann man das Slime Pack, das abbauen? Da ist halt das drin, aber ich glaube, du kommst da nicht rein, oder? Ich weiß nicht, kann man das irgendwie rauslocken? Ey, gibt's die Enderperle, musst du machen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich hab einfach Dress, Leimpilzen, Enderperle. Warte, 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 wie viel kostet ne Enderperle? Ich? Ich mach's Ronja, ich mach's, okay? Wow. Sicher so. Julian? Ich hab noch Emeralds. Ich mach's. Ich mach's, okay? Ist er nicht? Ich mach's für die Horde. Ja, Julian ist drin! Julian, nice. Julian, was ist da drin? Ich? Nein! Das hat sich gelungen. Julian, mach's gut, ich hab noch einen Termin. Ja, Julian. Warte, ich versuch's dir reinzuschieben. Aber ich weiß nicht, ob du das... Julian, du musst jetzt ein Trading-App-Zieser. Julian, kommst du ja jetzt wieder raus? Julian, du musst jetzt ein Händler sein da drin. Hallo Julian, was bieten sie denn so an? Kann man dich hier irgendwie rausholen? Warte, soll ich die Emeralds geben? Kann man Enderperlen droppen oder nur die Emeralds? Ich kann keine Enderperlen mehr kaufen. Ja, ich weiß aber. Kann man die Enderperlen droppen oder... Könnt ihr mal suchen mit Randomizer? Ja! Jetzt ist Toms drin! Oh mein Gott! Hi Toms! Da hast du noch Enderperlen. Oh, Toms. Das ist ja schade. Das wäre jetzt auch so eine Witz. Oh mein Gott, was ist das? Ey Leute, ich hab viel Randomizer, okay? Soll ich Unboxing machen? Ja, go, go! Oh, warte, warte, wie bist du rausgekommen? Ja, warte! Du, 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 du! Wow, meine Haut geklirrt. Du, 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 du. Wow, meine auch nicht? Ich weiß auch nicht. Wüsste was? Hast du drei Rubies? Hast du drei Rubies? Ich hab zwei. Falls das hilft. Oh nein, du hast schon wieder Velocity. Ich hab's weggemacht, weil wenn du das... Mach das nicht, du bist verpackt, du bist dann... Nein, Julian! Nimm dich schon wieder! Oh, da brennt Julian schon wieder. Oh, da brennt er versichert. Man sagt ihm jedes Mal, nimm dich Velocity 9, aber er kann sich nicht halten. Er denkt sich, das ist es. Aber wer ist denn jetzt Wolf? Ja, Tops bestimmt, weil er so ruhig grenzt hat. Nein! Ja, Tops wirkt ja auch richtig frustriert, als er im Raum eingesperrt war. Tops, das war ein Slimepad von mir. Schau, kill mich, komm. Egal, okay, okay. Ja, Tops, ich hab auch ein Slimepad. Komm! Komm, halt mich! Nein, ich will dich töten! Nein! Ich werd Tops jetzt... Ich werd Tops jetzt mit meinen... Ah! ...mit meinen Fäusten killen. Okay. Ich kann dir auch ein Holz- oder Steinschwert geben. Puh! Ja, beim Laufen hab ich die letzte Folge gesehen. Oh nein, Julia, das ist aber doch schwer. Ich bin Jodler, weil ich kann nicht jodeln, deswegen müssen wir das so ändern. Doch, du musst es machen, du musst es! Ich kann es nicht! Mach es! Ich kann es nicht! Ich kann es nicht! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist... Ronja, du musst jodeln, das müssen wir dich lünchen. Das ist eine Spielregel. Jodeler, hihi. Haha. Okay. Mich ein bisschen mehr... Also ein bisschen mehr Enthusiasmus, bitte. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, dass eure Stimme dabei so bricht. Tobi war das einfach aus. Maybe... Quatsch! Sich das losением! Du brauchst es richtig gut, du brauchst so.... Seine Stimme bricht so richtig drinne, wisst ihr, was ich meine, dass das so abbricht und dann so, die nächste... Das ist es! Jpas, es ist Mason, ein Widersport, oder für alle. Ist das ein Sport? Wird das als Sport anerkannt? Das hab ich mitge Often nicht noch Euro. Congratulations! Covid-інgen denn auch ein sport ja mehr oder weniger sprechen auch ein sport eine performance und man hat einen schrei wer ist tot wegen seiner effekt gestorben autopsis ich möchte dich wissen lassen dass ich ein german schwert besitzen und und einen exo-panzer ich habe keine angst ich bin dem direkten duel nicht abgeneigt als willst du tanzen tanzen will ich jetzt nicht aber irgendwie ist das schiff bei mir da gehe ich mir lieber nicht hier ja ich habe das ist ein problem aber das stimmt wiederbeleber wie viel kostet der spaß abstecken viel zu viel geld äh sag mal tops hast du gerade 53 gold rumliegen die du nicht brauchst naja wo bist du? komm wir machen mit ihnen einen showdown ja? ok ok ich bin auf der brücke ok ich bin mitten auf der brücke auf der großen brücke wo der startknopf ist ok du bist auf der großen brücke wo der startknopf ist ja oh tobias du bist unsichtbar du uuuhuuhu uuuhu 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 sie würde die dumme sich hier anhüpfen voller Hass für dich yes endlich mal wieder wollen uuuhu uuuhu weißt du andere machen vielleicht mal so einen schrei aber nein nicht tops ne ich bin das nicht wer ist es dann? ey wenn du das spammst dann kannst du so eine einzige Tonspur machen ala das mach ich nicht laut grad das ist ja schön da freu ich mich nicht dass ich minecraft leise gestellt hab bei mir tops ich bin das nicht klar bist du das wenn du schlechtes passiert dann bin ich das so snacked ja oh ich hab rubies lecker hallo hey willst du welche abgeben beta oh ich hab so ein bed ich hab so ein bed eti durchgespielt vari DOMIN in Okter screen ich habe kein holz schwert ich bin auf 15 amment companhärs drauf Monika ja das kriegst du noch mehr als die flecht im internet nix ich hau dich gleich mit meinem bogen das geht wie viel schaden macht das schaden macht der boden der boden der bogen und ja du kriegst immer wenn du sagst dass ich toll bin ich krieg mal anders ein herz und ein herz halbes herz halbes herz halbes herz das heißt ich muss nur knappe 16 mal auf sich draufschlagen und wenn ihr sagen ja dass das ist ja sagt dass ich teuer bin dann kriegst du immer ist also top ist tot ich hatte dich zu nein das war ein fake schreit das war ein fake schrafen okay das war ja viel zu schnell gesagt es ist floh es ist ein schwert für mich hier wirklich nur den blöden bogen weiß was du sagen muss ich habe ich habe ich gehe alleine sein wird ein spieler gefühlt zu viel schrei gemacht wenn er sagt ja mein spiel denkt auch ist es wegen der schreie und er sagt dass ich stinke von ja wenn du sagst dass ich weiß nicht ich hab dich noch nie getroffen vielleicht stinkst du hashtag tobst stinkt wenn du keine waffen hast dann sterbe ich lieber als ehrenhafter mensch als als lügner ich opfere mich für ein größeres wohl das wohl der wahrheit und die gerechtigkeit ist jetzt jemand tot julian oder der hat gefakt julian bist du noch da jemand ist bei mir jemand ist es julian ich habe jemanden schaden jemand schaden ich nicht noch vier minuten oh lol julian war der wolf wie ist julian gestorben ich habe mir das gold in mein inventar gelegt und er ploppt es auf einmal weg ich hatte im winter wie kann man das aktivieren was macht es schon so lange nicht mehr das kann das iron gold im pet auch richtig autobus kraft mich an errichtet und kriegst du ein bonus herzen oder so solltest aber verwenden wenn du dingen sind sind angegriffen über das weißt du das ist praktisch weil das technik die geärzt und halten sich nicht ewig juli an ich war hier schon pech für dich mit mir stinken wenn ich du wer ja 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 ich werde mal auf mich immer zu anzugreifen was soll denn das soll denn da was ziehe ich denn ein saver was macht es sieben der mit schattel nach voll da aber nichts wert damit sieben der mit es nix ist wie in dir schott im ja was ist hässlich ich würde Ich bin so ein Pirat mit so einem Säbel. Ich bin ein Pirat, Leute. Ja, das ist bei mir auch. Das ist richtig weird. Ich glaube, das ist alles Runderschuld. Nein, ich glaube, das ist die Schuld von den ganzen Schreien. Hey, wer ist der Gold? So. Ehrlich? Das ist... Ja, praktisch. Okay. Wie kann ich jetzt auf das Dach springen? Ich will auf das Dach springen. Wieso bin ich denn wieder der Wolf? Nicht gesagt, dass du der Wolf bist. Das ist jetzt rein interpretativ gewesen. Er tops. Und nur ein Wolf würde so etwas interpretieren. Ich als Psychologiestudentin kann dies bestätigen. Oh mein Gott, ich glaube. Ich habe vollständig eine Siegfried gefunden. Ja? Geh mal ganz vorne, also ganz hinten auf Schiff. Ich bin gerade bei so einem Ort auf der Map. Da war ich noch nie. Ich? Ich bin in der Dusche. Hä? Ich merke es aber auch gerade, du kannst hier... Oh nein, du kannst hier richtig weit weg schwimmen, gell? Ehrlich? Julian ist hier, Julian ist hier. Julian, bist du... Ich aktiviere den Wolf. Hier und da, überall. Wir sind immer da, wenn du siehst. Weil der Wolf super einfach Hacke ist. Ach, Tobias, die Kraftausdrücke. Ja, aber es ist doch Hacke. Guck mal. Guck mal. Es ist doch... Nur noch 5 Minuten, gell? Also, ich bin nicht der Wolf, deswegen habe ich da keinen Stress. Wo noch? Ich bin auch nicht der Wolf. Ah, XP hast du übrigens die Minuten, wisst ihr das? Na, ich bin gar nicht auffallen, Leute. Ehrlich? Ja, die Zahl, die da steht. Oh! Faszinierend. Ich würde mir gerne einen Randomizer kaufen, aber ich habe kein Gold. Ich dachte, dass er topst dann die Kuh. Leute, ihr dürft euch nicht Wasser aufhalten. Ihr dürft euch nicht Wasser aufhalten, ne? Ah, hier's Flo. Was? Ich habe gerade übelst viele Dings bekommen. Okay, ich jump and run jetzt zu dir. Wo ist wieder Yoles? Ops. Oh, wirklich, ich habe es sogar... Oh, okay. Hey Flo, bist du der Wolf? Nö, aber ich habe einen Stack Emerald. Oh, das ist sick. Gib mal welche. Warte, was soll ich mir kaufen? Warte, was soll ich mir kaufen? Was kann man sich hinkaufen? Lebensretter? Aber du könntest es kann explodieren. Ach, stimmt, das Geschenk. Oh, mein Gott, nice. Was ist da drin? Joink. Unsichtbarkeitstrahl. Exo-Panzer. Ich brauche keinen, ich brauche keinen, ich bin kein Wolf. Julia? Hä, war gerade ein Schweinegeräusch? Ich habe auch ein Schweinegeräusch gehört. Warte, wo bist du? Ich bin hier. Ist gerade irgendwie gestorben? Ich könnte auch ein Geschenk kaufen. Oh, cool. Hä? Oh, pass auf, das kann... Hä? Hä? Warte mal, mach du mal. Ich glaube, man kann pro Spiel nur eins platzieren. Oh, das kann sein. Das hatte ich auch schon mal den Bug. Hä? Tops? Nee, ich glaube, das geht nicht. Nee, es geht nicht. Also, das ist jetzt zwar weg, das Ei, aber... Leute. Hast du Tops getötet? Ja, Yurin war's. Okay, wo ist denn Yurin? Warte, ich habe Krankes Lebens. Hä? Oh, nice. Aber es ist ja... Ich kann es nicht zu... Willkommen zurück! Kleines Äffchen. Yurin, der Penner! Der kann einfach... Direkt! Alles klar, wollen wir das... Wir... Weil... Weil du... Ja, weil du den Silent... Ja, aber was... Äh, nee. Nichts. Rondolf! Rondolf! Wenn nicht mal steht... Was mache ich damit? Keine Ahnung. Einkaufen. Oh, okay. Happy Duty! Ich bringe uns noch mal ein paar Geschenke. Ja, komm mal her. Hier, 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 hier. Wir hatten schon Geschenke platziert. Wir können keine mehr. Ach so. Oh. Ja, ist unlucky. Ich habe noch 38 Amaraldos. Ich frage mich, wo unser Wolf ist. Ich kaufe mir noch einen Schlagstock und schlage einfach Tops. Auch eine gute Idee. Ja, warum den auch nicht? Um die Zeit zu verbringen. Hast du dir deswegen gerespawned? Einfach nur? Oh, hier ist eine Kiste unten! Einfach nur da. Wenn die Situation eng wird. Das ist immer gut. Das ist ein guter Ausdruck. Guter Plan B. Behalt dir das im Hinterkopf. Ich werde nicht so gut, aber... Ja, aber es ist... Weißt du? Es ist zwar nicht Gewinnen, aber es ist auch nicht Verlieren. Wo, wo, wo? Wo? Bei mir ist keine Ortangabe. Ja! Ey, Rondy, komm mal her. Ich habe einen Randomizer. Aber warte kurz. Ich gebe dir schnell... Rondy, kommt die Rüstung! Warte, welche? Warte, ich gebe dir mal alles, falls du mir randomizer mich cleant. Okay. Oh, ne, ich habe die Wille aus. Okay, das nehme ich nicht. Okay, warte. Ich gebe dir sogar einen Slime-Pad zurück. Ey, ist tot? Ja. Ja, ich hätte noch ein Trank des Lebens kaufen können, theoretisch. Ne, geht nicht, oder? Das geht nur einmal. Ah, ja. Das geht nur einmal. Ich habe jetzt einen Exo-Panzer. Alter, was? Ich habe so viele Sachen. So. Exo-Panzer ist wirklich gut. Ja, das... Das ist auch meine Hoffnung. So, Julian! Ferris, eins gegen eins für den Wolfsuche! So. Komm her! Okay. Oh nein, ich bin gefallen ins Wasser. Oh nein. Wir sind beim Tester und ihr bleibt bei mir. Wir sind beim Tester. Ferris. Du hast heavy duty, gell? Ich bin nackert. Aber ich habe auch notfalls noch ein Schwert. Wo ist er? Julian! Wenn du irgendwas kaufen willst, Tiranja. Alles Gute zum Geburtstag. Oh! Danke. Nice. Ich bin rich. Ich war doch nie so... 64 Gold? Bist du des Wahnsinns? Habe ich die 64 gedroppt? Ich habe jetzt einen Stack. Ja, ich habe... Ich habe auch schon Öl für ausgegeben. Du schreib mich an. Ich hasse dich. Oh, Julian! Oh, Julian! Oh! Haha, Julian! Das war das Problem, du hast wieder gedacht. Okay, ich will mal sagen, dann wärst es hier. Ja, gute. Dann erfolgreiche Folge. Minecraft Wolf. Noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Und... Ciao! Ciao!